ja moin sind youtube hier ist wieder mal euer willkommen zu gta online part oder map irgendwas jetzt glaube ich ein kleiner wallride wenn wir hier abgewiesen Anzahl der Runden sind es 3 ich hoffe ich konnte nur fahren im Regen viel Spaß drin dieses kack Geräusche das ist aber auch scheiße an den Spawn und an dem Weg braucht aber ein bisschen Tempo hat man jetzt gesehen oh und dann geht er das war aber mal nicht schlecht nicht schlecht muss man sagen das war nicht schlecht wow ich hab den Punkt gekriegt die Punkte sind aber weit auseinander kack bass kack bass dieses verkackte Schieselauto aber wenn das so kleine Runden sind sind es mal kleine geschilderte 3 Runden vielleicht so 6 Minuten oder vielleicht auch länger wenn man sich scheiße anstellt ok vielleicht auch länger haben wir jetzt gesehen boah wetten wir zu so fest ist die Straße nicht gefahren nicht so viel befahren wie jetzt wo fahr ich nie ich dumm Sack ihr habt kein GTA an ja hallo jetzt komische Kröte klatschen weg da ich hatte den Verkehr ich hatte ihn so diesen Gag verkehr Aua. Dann stellen sich auch noch die Bäume weg. Wenn da vorne eins rumfährt hast du keine Chance. Und da machen die extra. Der fährt jetzt auch mal in meine Richtung, war mir so klar, war mir so klar. Ich hoffe wenn sie Verkehr haben, machen die das extra, dass da vorne einer steht. Wenn da jetzt wieder einer steht, ne, dann ist das halt mit Absicht. Natürlich. Fährt wieder einer hin. Du altes, kleines, blödes. Ich hab doch jetzt noch kein Problem mit den Auffahrten. Was geht denn jetzt ab, ey? Hey, Feuerborn mit Morziporn. Tja, und das war's mit 6 Minuten. Sag dich doch, ein Auto, was stört, schon ist 6 Minuten vorbei. Weiß Arsch. Guck mal, auf einmal. Hier ist es ja dieses, äh, wenn alle den Anfang kennen, können sie ja mal alle zurückdenken, die GTA vielleicht spielen. Da laufen. Da laufen wir, wenn du da die Stelle mit hier Franken entfährst. Da laufen wir so komisch, äh, ich weiß nicht, was das sein soll. Ich glaub ich weiß es wohl, aber ich komm jetzt nicht auf den Namen. Ich glaub Aliens sind das, die da sich vorwerfen. Ich glaub ich muss mich jetzt konzentrieren und tun jetzt mal hier labern. Ja. Nicht geklappbar, schon wieder Ding. Ja. Ja, und dann fahren wir euch jetzt mal an Seer. Da war's ne kleine süße GTA Runde wieder mal. Geschirrlich ein paar Runden gefahren. Ich würde jetzt gerne aussteigen. Würde GTA Modus anstellen. Ich blödguck. Aber wenn euch das heute gefahren hat, drückt mir gerne das Däumchen nach oben. Lasst mir ein kleines Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer René von Thumblog. Und der Rang ist auch noch erhöht. Dann sag ich Tschüssi.